Hallo und herzlich willkommen bei Undertaker's Let's Plays. Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten eventuell so ein paar, das ein oder andere Spiel anzocken. Und wenn euch eins davon gefällt, könnt ihr mir das ja in die Comments schreiben und wir können dieses Let's Playen. Ich habe mich heute für Terraria entschieden, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Und ja, das werde ich jetzt auch häufig machen. Ich werde das ungefähr 15 Minuten machen und dann können wir gucken, wie toll ich das kann. Meistens, viele Spiele habe ich mir blind, werde ich jetzt hier blind spielen, weil ich mir einige gekauft habe und noch nicht angezockt habe. Ja, ich habe hier aber bei Terraria habe ich mir auf jeden Fall schon einen Charakter erstellt, schon ein bisschen, weil das mir sehr Minecraft-ähnlich ist, natürlich sehr Minecraft-ähnlich ist. Man kann hier craften und bauen und ja, ich habe noch nicht das höhere Ziel von Terraria entdeckt. Ich habe einfach schon mal angefangen zu bauen, ein bisschen. Hier ist ein Ofen, den habe ich gebaut. Ein Tischchen habe ich auch hier. Ja, wir sind hier hochmodern. Hier kann man Tische, äh, Tische organell bauen. So, jetzt habe ich hier, ähm, die, 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 die Sache ist um bloß, äh, ist das wirklich so wie Minecraft oder gibt es hier doch noch ein höheres Ziel? Ich habe ja keine Ahnung. Und, äh, deswegen, äh, habe ich damit erst mal noch ein bisschen aufgehört, auch weil mir die Zeit fehlt. Ja, Terraria ist, wie gesagt, äh, hat, ist auch ein Indie-Projekt, ist, äh, ähnlich wie Minecraft, halt komplett in 2D. Und, äh, da haben wir Fackeln. Uh, eine Fackel. Und das war auch die letzte, die wir haben. Ich weiß gar nicht, wie machen wir jetzt nochmal hier. Gott, 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 ich spiele, wie gesagt, komplett in, ohne dass ich Ahnung habe von den ganzen, von der ganzen Sache. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Oh, was ist das da? Das sind alles Steine. Steine, Steine. Was ist das? Iron Ore, yeah. Wir haben Eisen gefunden. Wie geil ist das, bitte schön, ne? Wie geil ist das? So, hap, 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 yeah, wir sind cool. Das Schöne ist bei Steam natürlich, wenn ich das, ich habe das gelöscht, das Spiel, aber trotzdem bleibt das Spiel bestehen. Das ist schon schön bei Steam. Nehme den Dirt-Block mit. Ja, mir macht das Spiel, Spaß, äh, bloß es hat keiner meiner Kollegen so, dass das sehr, sehr wenig Sinn macht, zu zocken alleine. Meistens spiele ich, äh, mit meinen Kollegen zusammen und das macht dann auch am meisten Spaß. Es gibt wenig Spiel, die ich alleine zocken. So, hopp, weiter, 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 hier, komm, schwingen die Picke, ne? Schwingen die Picke, du altes Sacken. Weiter geht's, ah, da, 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 da. Jetzt mal nach oben, da, ich sehe da auch fast noch was glänzend, glänzend. Boah, das ist da kaputt gegangen. Hat der was gekümmert? Was ist das? Boah, ich bin im Dunkeln. Ähm, ja, ich musste eigentlich mal ein bisschen, wie? Ich muss nochmal gucken, oh, da, Gold. Ha! Moshoom, Moshoom. So. Jetzt häng ich da in der Luft. Ja, so. Ich wollte schon sagen. Ich häng dir in der Luft. Ja, das ist noch ohne Nahrungsmitteln. Äh, hier muss man, braucht man nicht sehr viel. Das ist sehr einfach gehalten, aber auch sehr interessant. Jetzt wird's auch dunkel. Und wenn's dunkel wird, kommt was? Ja, es kommen, wie immer, irgendwelche grausamen Monster, die wir uns ans Leder rollen. So, wir gehen ja immer zurück. Hopp. Muss aber eigentlich gucken hier. Wo haben wir denn? Hopp. 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 Hüi. Oh, Kopf. So, wie macht man das jetzt hier? Wie nutzt man das? Wie nutzt man das jetzt nochmal? Höh? Nein. Wie nutzt man das überhaupt? Ach, Escape. hehehe. Für Fackeln brauchen wir ein Wood. Wood. Plattforms, wir haben, okay. Hehehe. Doch, wir haben noch genug. Hey, drei Fackeln. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So. Und das können wir noch bauen. Und das können wir noch bauen. Woodroll. Ja. Da habe ich auch ein bisschen. Stühle. Ach ja. Da muss man dann halt schön daneben stehen. So war das. Okay. Jetzt muss ich eigentlich nur noch Escape drücken und dann können wir... ein Silver Coin. Silver Coin. Und Silver Coin. Und das tut mir. Iron Bar. Okay. Okay. Höh. Höh. Zack. Blam. Bist du weg. Ah, okay. So. Bäm. 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 Tod bist du. Bämst. Du Auge. Ich krieg dich. Stech dir ins Auge, du. Voll in your eye. Bämst. Oh ja, komm her, komm komm komm. Und und und. Bämst. Ich spiel mit dir Tennis, du. Du was machst du da? Autsch. Nicht, dass ich jetzt gleich sterbe hier. Ich habe das Auge zerstört. Okay. Lass mich in Ruhe. Seid mir eindeutig zu viel. Escape. Was macht das? Restore. Okay. Essen wir mal was. Huah. Ah, okay. So. Da geht's hier. Guck mal was auch weiter an. Ja, wie gesagt, wenn es euch Spaß macht, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr auf mich zukommt und mir das mal eben sagt. Ah, da sind die Torches. Da sind die Torches. Ihr könnt mir das ruhig gerne mal erzählen. so. machen wir das auch aufnehmen gerne. Das wäre ich noch gucken, ob das zeitlich zu machen ist. Ja. Ja. Hier durch. Was ist hier? Da ist noch was. Jetzt fällt da dieser scheiß Zombie rein. Das gibt's doch nicht. Flamms. Flamms. Stech dir in die Fresse, du Arsch. Flam. 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 Stirb. Flam. Flam. Yes. Flam. 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 Oh nein, da kommt noch ein Zombie. Oh, ein Zombie. Flam. 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 So. Ja. Warum ich das jetzt mache, ist ganz einfach, ich, äh, versuche, ein bisschen auf eure Wünsche einzugehen und ein bisschen flexibler zu sein und hier ein bisschen euch was zu zeigen an games ich bin eine frau hört sie zumindest so an das könnte ein sehr weiblich klingender mann sein natürlich nicht sterben nicht sterben ich glaube das macht der und lass mich doch mal hier mal in fünf sekunden in uhr noch ein zombie ich glaube ich brauche ein stärkeres schwert hier das ist ja auch nur so so einfach geht das auf der wohnung hochspielen verarscht mich doch nicht hier kämpft hier die ganze zeit das gibt es doch nicht verpisst euch irgendwie so hier hier ich kotze an hier zack ja das äh was ich äh komme wieder ab hier meine Tür so habe ich überhaupt noch was ich glaube ich habe meine meine coins verloren und sicherlich hängt dieser komische vorgabe ich hasse dich naja das war eine kleine vorschau auf terria ich hoffe sie hat euch gefallen ich wünsche mir wenn ihr ein paar kommentare da unterschreibt ob wir das nochmal weiter zocken sollen ich zeige euch noch mehr spiele die wir anspielen können und ja das war es soweit ich freue mich auf das nächste mal und bis denn tschüss tschüss